Ein weiterer Quebcast mit tollen Apps und Spielen. Heute zwei Apps, zwei Spiele und ein, was ihr immer mal davon halten mag. Wir haben auf jeden Fall eine GPS-Navigations-App, sowohl für Android als auch iOS dabei. Ein Spiel mit einem Wahl, ein Spiel mit einem Sandwich, eine App für super Push-Notifications unter iOS und eben diese andere App, Spielsache, von der wir wirklich nicht wissen, was wir davon halten sollen. Bleibt einfach dran, mit dabei sind der Bernd von 2Up Mobile und der Sven von Sven. Rafforama.de. In diesem Sinne, tschö. Bleibt dran, nicht tschö. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 vom Quebcast, unser Mobile-Apps-Podcast rund um Apps auf iOS, Android, auch wenn Android immer ein bisschen zu kurz kommt. Aber heute haben wir definitiv mindestens eine App dabei, die auch unter Android läuft. Und die wollen wir dann direkt mal vorstellen. Aber vorstellen müssen wir auch die beiden Kollegen, die wieder mit dabei sind, nämlich der Bernd. Hallo, Bernd. Hallo, Micha. Hallo, Sven. Genau, und der Sven. Klar, wenn es darauf ankommt, dann komme ich nicht zuerst. Passt schon. Was heißt denn, wenn es darauf ankommt? Ja, wenn es irgendwie darum geht, Themen vorzupreschen, dann muss ich irgendwie loslegen. Aber wenn du mich vorstellst, dann ist der Bernd der Erste. Ja, passt schon. Ich wollte ihn zumindest einmal erwähnen, damit du jetzt nicht sofort irgendwie das Zepter an dich reißt und sagst, okay, ich mache jetzt meine App. Danke, Micha. Auch da muss ich jetzt nämlich anfangen. Ja, wir wollen direkt losstarten. Und du hast ja eine schöne App rausgesucht, die du wahrscheinlich sogar schon mehr oder weniger intensiv genutzt hast. Sonst hättest du ja wahrscheinlich nicht rausgesucht. Die habe ich schon mehr oder weniger intensiv genutzt, beziehungsweise den Vorgänger davon habe ich mehr oder weniger intensiv genutzt. Wovon reden wir? Wir reden von Skobla. Die gibt es sogar auch für Android. Denn da kommt der Tipp ursprünglich her. Nämlich ein guter Kollege von mir, der sich irgendwann mal statt iPhone ein Android geholt hat, suchte nach einer Navigationssoftware und sagte mir, hey, dieses Skobla ist echt gut und das gibt es auch für iPhone. Und da habe ich mir das mal angeguckt. Denn als einer dieser Telekom-Kunden bin ich damit gesegnet, dass ich mir diesen Navigator von Navigon da irgendwie runterladen darf. Das Problem an dem Ding ist, der belegt irgendwie zwei bis drei Gigabyte auf seinem Telefon und ich benutze das Ding nicht so oft, weil ich ein Navi im Auto habe. Nur wenn man es dann mal braucht, dann ist es ganz gut, wenn man irgendwie eine Navi-App auf seinem Telefon hat. Und dieses Skobla-Ding ist irgendwie 30 Megabyte groß und funktioniert eigentlich fast so gut wie eine erwachsene Navigations-App. Der große Unterschied und damit, warum das Ding so klein ist, ist, dass das Teil auf OpenStreetMap basiert. Das ist dieses freie OpenSource-Projekt, was Google Maps nachempfunden ist oder einer ähnlichen Idee verfolgt. Das heißt, das Teil ist auch eigentlich immer ständig aktuell und ihr braucht keine Karten nachkaufen und mittlerweile mit der neuesten Version kann man sogar internationale Karten runterladen. Das heißt, früher, wenn man keinen Datenplan im Ausland hatte, musste man eben gucken, wie man da klarkam und im Zweifelsfall sich dumm und dusselig zahlen. Und jetzt kann man die Karten auch offline runterladen. Das kostet, glaube ich, ein paar Cent, aber lohnt sich definitiv. Ich habe das Ding deswegen jetzt mal akut rausgesucht, weil es vor wenigen Wochen eine völlig neue Version davon gab mit überarbeitetem Interface und allem. Und ja, im Grunde ist das Ganze eine sogenannte Step-by-Step-Navigation. Also jeder kennt vielleicht so das, was die Maps-Applikation euch liefert. Das ist ja, wenn ihr habt ein Android, dann habt ihr auch da Step-by-Step-Navigation drin. Auf dem iPhone ist man aber eigentlich nur dieses Weiter, Weiter, Weiter. Und das ist eben eine App, die macht richtige Navigation, komplett mit Ansage. Die nächste Straße bitte links abbiegen, noch 300 Meter zum Ziel und eine mehr oder weniger genaue Angabe, wann ihr auch da ankommt, wo ihr hinwollt. Und ja, das Ding hat ein großes Interface, kann man im Auto gut bedienen. Die Optik ist mittlerweile relativ hübsch, auch wenn sie ein bisschen sehr techniklastig aussieht. Aber ja, das Ding hat mich ehrlich gesagt bisher noch nie im Stich gelassen und verbraucht halt nicht viel Speicher auf dem Telefon und saugt sich die Daten in Echtzeit dann über das Mobilfunknetz. Das geht so bei so einer Fahrt von, weiß ich nicht, 30 Minuten schon mal in die 30 MB rein. Also je nachdem, wie stark euer Datenplan da ist, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber... Man zieht sich halt die Offline-Maps runter, ne? Oder man zieht sich zu Hause im WLAN die Offline-Maps runter, wobei dann ja, die sind ein bisschen kleiner als das, was so in einem Navigon-Ding rumdümpelt. Aber die brauchen natürlich dann entsprechend auch so 500 bis 600 MB für Deutschland zum Beispiel. Ich bilde mir ein, gelesen zu haben, dass die komplette Welt, glaube ich, 3 GB groß ist. Ja, damit wären wir ja wieder ungefähr bei dem, was die Dach-Version von einem Navigon verbraucht, wobei man dann eben die ganze Welt drin hat. Aber wer bereist schon die ganze Welt mit Navigation, ne? Aber, hm. Man ist natürlich, dadurch, dass es auf OpenStreetMap basiert, auch damit an einigen Stellen davon abhängig, dass das Ganze eben userbasiert befüllt wird. Das heißt, wenn ihr euch so in das absolute Hinterland bewegt, dann habt ihr das Problem, dass da vielleicht noch niemand die jeweiligen Straßen eingetragen hat. Deswegen hat das Ding auch sehr prominent einen kleinen Käfer als Button, mit dem man eben Fehler in der Navigation berichten kann. Also oft stimmen Einbahnstraßen nicht. Mal wird irgendwie eine Abbiegung angezeigt, die inzwischen schon längst gesperrt ist oder sowas. Also damit, darauf muss man sich einlassen. Dafür kostet das ganze Ding halt auch nur wenige Cent, nämlich unter zwei Euro. Was ja im Grunde gar nicht so ein großes Problem ist. Also wenn man nicht wirklich in irgendwelchen Gegenden wohnt, wo nur fünf Leute wohnen und dann noch niemand mit seinem GPS-Empfänger langgegangen ist, um die Wege mal zu erfassen, ist es in den meisten Fällen tatsächlich genauer als die großen Pakete, weil die werden ja auch nur jährlich oder halbjährlich aktualisiert. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass sich, ich weiß glaube, Navigon sagt das glaube ich selber, dass sich jährlich so zwischen zwölf und zwanzig Prozent des deutschen Straßennetzes oder Straßennetzes weltweit, keine Ahnung, verändert. Und das ist unter Umständen ja schon gar nicht wenig, je nachdem, in welcher Gegend man wohnt. Genau, also das ist in dem Fall wirklich Fluch und Segen zugleich. Man kann in Gebieten unterwegs sein, wo da jemand relativ schnell unterwegs war und die Daten umgetragen hat, wenn da irgendeine Straße umgebaut wurde oder eine Umgebungsstraße gebaut wurde. Oder man kann natürlich Pech haben, dass da seit mehreren Monaten das Brach rumliegt. Dann kann man einen Bug pfeilen und das Ganze eben berichten. Ich weiß allerdings nicht, das wollte ich immer mal rausfinden, inwiefern Skobbler da wirklich mit OpenStreetMap auch so offen zusammenarbeitet, dass das vielleicht sogar direkt an OpenStreetMap gepusht wird. Muss es ja, glaube ich sogar. Ich glaube, in dem Moment, wo du die Daten nutzt und irgendwelche Änderungen dran machen willst, ist ja, glaube ich, irgendwie in den Richtlinien, dass du dich auch wieder zurückmachst. Oder zumindest sagen sie es auf ihrer Homepage, dass sie Sachen zurückgeben. Klar, Änderungen schon. Die Frage ist eben, ob wirklich diese Bug-Files da an OpenStreetMap durchgehen oder ob die bei Skobbler gesammelt werden. Und irgendwie dann, wer weiß, da kann ich keinerlei Aussage bringen. Keine Ahnung. Sie haben aber auf ihrer Webseite skobbler.de einige Infos dazu im Blog und so. Das ist also relativ ausführlich, ja. Mhm. Ja. Also ich kenne die App, also den zweiten Teil, ich jetzt fast gesagt, also die zweite Version dieser App, die habe ich jetzt auch nur kurz benutzt. Noch nie richtig für große Navigation. Die erste App, den ersten, also die auch noch Skobbler hieß, die heißt ja, glaube ich, jetzt irgendwie GPS Navigation 2, was ein etwas eingängigerer Name ja ist. Die habe ich relativ oft im letzten Jahr beim Fahrradfahren benutzt. Also wo man ja nicht so oft ein Navi dabei hat, fand ich das eigentlich recht praktisch. Und wenn man hier in Deutschland ist, dann habe ich ja sowieso mit meiner Flatrate per Handy gar kein Problem gehabt. Insofern finde ich es jetzt aber noch schöner, dass es jetzt auch diese Offline-Maps-Möglichkeiten gibt. Die gab es ja, glaube ich, vorher nicht. Die waren in der zweiten Version, in der ersten Version noch nicht dabei. Genau. Und deshalb könnte man auch, wenn man in Holland ist oder so, jetzt schön mit dem Rad rumfahren und kann sein iPhone benutzen, was vorher immer ein bisschen schwierig war. Generell bin ich bei diesen, ja, Telefon-GPS- und Navigationsgeschichten immer ein bisschen skeptisch, weil GPS und der ganze Kram ja doch schon den Akku mächtig belastet. Und ich weiß nicht, ich schätze mal so nach drei, vier Stunden ist so ein Telefon dann aber auch leer, wenn man es konsequent und konstant benutzt, oder? Ja. Hast du irgendwelche Erfahrungswerte? Ja, da passiert ja noch mehr als bei einem normalen Navi. Also so eine fest installierte Navigations-App, die jetzt nicht Datenzugriff hat, also braucht es jetzt mal, nutzt Gobbler eben mit diesem Echtzeit-Datenzugriff. Dann ist ja nicht nur das GPS auch voller Dröhnung an, sondern auch noch im Zweifelsfall die 3G-Sensor kräftig, die 3G-Antenne kräftig am Saugen, was halt natürlich zur maximalen Belastung führt. Und da gab es ja sogar iPhone-Modelle, die teilweise nicht schnell genug aufgeladen konnten, als sie in diesem Modus irgendwie alles leer gesorgt haben. Was im Auto wahrscheinlich gar nicht das Problem ist, da kamen ja irgendwelche Stecker für den Zigarettenanzünder holen. Auf dem Fahrrad ist es schon blöd, wenn man dann mal so einen halben Tag unterwegs ist. Aber wer von uns fährt schon ein Fahrrad? Ich. Ja, ich ja auch. Und da gibt es tatsächlich ein schönes Zusatz-Zubehör für, wo man so kleine Zusatz-Akkus auch unterbringen kann. Ja, siehst du mal. Deck da eine Dynamo dran. Dann sagst du doch auch mal was dazu, Bernd. Jetzt ist er nämlich gerade wieder weg, der Kollege. Ja, dann rede ich so lange, ne? Ja, mach mal. Ja, ja, mach ich. Ich habe es mir tatsächlich jetzt auch runtergeladen. Ich bin ein TomTom-Nutzer eigentlich. Hatte deswegen nie Bedarf nach so einer Navigations-App. Aber wenn Kollege Sven die natürlich aussucht, nehme ich das gerne mit und habe das auch tatsächlich jetzt mal probiert in der Fahrt. und es hat erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. Ich war nämlich ein bisschen skeptisch aufgrund des Preises insbesondere. 1,59 Corsity. Kann nicht meckern. Also ich habe das Gefühl, mein TomTom ist ein bisschen genauer. Also speziell was so die Entfernung angeht, wann man abbiegen muss, wie viele Meter das noch sind bis zur Kreuzung. Gerade in fremden Städten, wo halt auch irgendwie mehrere Straßen kurz nacheinander kommen, verlasse mich da auch durchaus gerne mal auf das Display, um das zu sehen. Konnte aber, ja, also ich will da nicht viel meckern, wenn ich ehrlich bin, weil allein für den Preis ist das, finde ich, ein Knaller. Also wenn man halt sein TomTom gerade nicht dabei hat, irgendwie in einem anderen Auto sitzt oder so, würde ich mich da ohne weiteres noch mal drauf verlassen. Und was ich großartig finde tatsächlich, ist ja dieses Update, das Update 2 oder die Version 2, die jetzt gekommen ist, die ist tatsächlich für alle Benutzer ja kostenlos gewesen. Das ist einfach draufgepusht worden. Die haben nicht gesagt, wir machen eine komplett neue Version. Und die Funktionen, die ja wirklich neu dazugekommen sind, von der alten Version zu der neuen Version, sind wirklich so riesig, dass ich das echt eine feine Sache finde vom Entwickler. Also da echt Daumen hoch. Und das ist wirklich für die Leute, die sagen, okay, wir brauchen eine schnelle Navigation, die wenig Geld kostet, die man vielleicht immer dabei hat. Das ist eine super Sache, wirklich. Also finde ich echt gut. Was ich noch vielleicht sagen kann, also ich hatte, ich habe wohl auch gesehen, das gibt es auch für Android, was ja super ist. Da freuen sich ja die ganzen Android-User auch. Aber mir fiel halt vorher schon auf, dass die Navigation innerhalb der App so ein bisschen anders ist als bei ursprünglichen oder bei anderen Apps auf dem iPhone. Also es wird zum Beispiel nicht über Tappbar und Navbar navigiert, sondern du hast so ein Einstiegsmenü, was sehr schön designt ist, von wo du halt quasi in den Bereich kommst, wo du hin möchtest. Aber dann quasi, es sieht schon ein bisschen anders aus, sieht aber nicht schlecht aus, weil gerade Apps, die auf Android und iOS funktionieren und dann sich zwangsweise gegen oder für ein, ja, so ein bisschen UI entscheiden, sehen dann oft auf beiden Plattformen nicht gut aus. Und zumindest auf iOS sieht die Scobbler-App sehr gut aus, muss ich sagen. Obwohl es halt nicht diesem typischen UI folgt, Tappbar, Navbar und so. Ja, das hat mich aber tatsächlich ein bisschen sogar verwirrt. Also du klickst dann auf irgendeine Unterseite oder einen Unterbereich und die wischt dann schön von links oder rechts rein, von rechts natürlich. Und dann ist man ja tatsächlich, wie du gesagt hast, gewöhnt, dass man irgendwie so eine Navbar oben hat, wo man dann zurückgehen kann oder sowas. Und dann hast du aber unten wieder diesen Button, wo du mit zu diesem Hauptmenü kommst. Das fand ich erst mal verwirrend, weil ich erst mal nach oben geguckt habe, wo es jetzt wieder zurückgeht oder wie die wieder da hinkommen. Weil die ganze Grafik ist ja auch schön schwarz gehalten. Da muss man erst mal den Button wieder suchen, der ja natürlich auch kein klassischer Button ist, sondern eher so ein Grafikobjekt. Ich denke, also wie gesagt, auf dem auf dem auf Android gibt es ja die Teil 1, wie du gerade sagtest ja noch. Das ist jetzt quasi die Fortsetzung. Aber ich denke mal, dass die halt den Weg gehen, einfach zu sagen, okay, wir machen kein klassisches Android-UI, wir machen kein klassisches iPhone-UI, sondern wir machen unser eigenes User-Interface und das wird dann halt, das ist halt durchdacht und auch in sich stimmig und das wird dann auf beide Plattformen gebracht. Das ist definitiv. Ich glaube, was auch reingespielt hat, ist natürlich die Tatsache, dass du in irgendeinem wackelnden und sich bewegenden Fahrzeug die Dinger meistens benutzt und wenn du die an einem Auto an irgendeiner Halterung vorne an der Windschutzscheibe oder so dranhängen hast, dann machst du auch mal eben kurz mit einem langen Arm irgendwas und willst nicht die teilweise dann doch schon recht kleinen Navbar-Buttons da benutzen oder sowas. Ich denke, das wird auch ein Grund sein. So, Sven, du bist auch wieder da. Ja, ich bin auch wieder da. Meine Leitung mag mich nicht mehr. Ich habe euch zugehört, das brauche ich jetzt nicht mehr anführen, dass die UI ein bisschen un-iPhone-esk ist und der Grund dafür, den hat Bernd auch gerade schon genannt. Ja, ich wollte nur noch sagen, dass es manchmal mit der Sprachausgabe das Problem gibt, dass manche Namen halt von Straßen nicht richtig angegeben werden. Das sowohl in der Sprache wie auch in der Optik. Also in der Sprache wird es, glaube ich, generell noch nicht ausgesprochen und in der Bezeichnung steht da schon mal nur die, ich weiß nicht, ob das die, wie man das nennt, auf jeden Fall ist es dann nur so die L31 oder die K52, so die Straßenbezeichnung irgendwie. Und das macht dann gerade so an Autobahnkreuzen schon mal ein richtiges Problem. Da muss man dann schon mal wirklich sehr genau aufs Display starren, um zu gucken, welchen der Abbieger man jetzt wirklich nehmen muss. Wobei ich dann mit der allerneuesten Version auch noch nicht die Erfahrung habe, ob da eventuell jetzt ein größerer Spurassistent drin ist. Das kann durchaus sein. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Aber lass uns dann tatsächlich mal zu einer Erwertung kommen und ich hause direkt rein. Ich finde die App tatsächlich für den Preis und für den Leistungsumfang einfach super. Ich finde es total fair, dass sie ein kostenloses Upgrade für alle gemacht haben, die die App schon drauf hatten. Also definitiv vier Sterne für mich. Kleine Macken gibt es immer. Bei der Navigation hängt es eben halt auch stark davon ab, in welcher Region man sich gerade befindet und man navigieren will. Aber trotzdem vier Sterne von mir. Bernd? Ich gebe auch vier Sterne. Navigation ist für mich halt deutlich Vertrauenssache. Mein TomTom hat sich, mein Vertrauen lange Zeit, über mehrere Jahre hinweg, schon verdient. Da kann ich mich wirklich drauf verlassen. Ich hatte ja gesagt, es kommt mir ein bisschen präziser vor, spielt aber auch ein bisschen den Punkt an, den Sven meinte. Gerade wenn man gucken will, in welche Straßen man wirklich abbiegt, weil irgendwie Straßen nebeneinander kommen oder Autobahnen auffahrten, die dann halt auch relativ eng sind, verlasse ich mich auch sehr gern beim TomTom auf das Display. Und ich hatte eine Probefahrt mit der App. Da erschien es mir ein bisschen unpräziser. Insofern vier Punkte. Definitiv finde ich generell, ist ein super Programm, was man auch durchaus auf dem iPhone haben kann, auch wenn man einen TomTom hat. Gerade wenn man mal in einem Auto sitzt oder so. Aber ja, vier gebe ich da sehr gern. Ja, Sven. Ja. Ich gebe tatsächlich fünf, weil ich hätte der Vorgängerversion schon vier gegeben, weil ich das Teil wirklich sehr oft nutze und mich das Ding eigentlich inzwischen sogar weniger im Stich gelassen hat als mein, ja, was habe ich eigentlich? Ich glaube, ich habe Navtech Navi, ich weiß es gar nicht. Ich gebe deswegen fünf, weil die Kritikpunkte, die ich daran habe und die habe ich, die sind aber eigentlich alle auf OpenStreetMap zurückzuführen. Und da möchte ich eigentlich nichts kritisieren, weil ich das Projekt einfach nur super finde und das da eher auf Crowdsourcing generell Problemen basiert. Also die Probleme, oder die Anmerkungen, die ich zu Google Street, äh, Mann, nochmal von vorne. Die Probleme, die ich habe, die sind bei OpenStreetMap verortet und dem Projekt kann man keinen Vorwurf machen, weil das die typischen Probleme sind, die eine Crowdsourcing-Plattform hat. Und deswegen, die App an sich finde ich super, die UI-Unstimmigkeiten, da gucke ich tatsächlich drüber weg in dem Fall, weil sie funktioniert und gerade die neue Version, kostenloses Update für alle, die den ersten Teil schon hatten, finde ich einfach toll. Deswegen fünf. Ja. Eine Frage habe ich da noch. Kannst du die mir beantworten? Ansonsten muss ich den Entwickler anrufen. Ähm, gerade mal eben per Skype. Wenn du diese Offline-Maps kaufst, wie kriegt das denn dann Aktualisierung mit? Sagt das dir automatisch, hier ist ein neuer Datensatz da? Oder? Weil wenn sie ja offline sind, sind sie ja offline, ne? Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Na gut. Ich schätze mal, das wäre ja mein größter Kritikpunkt an dieser App gewesen. Dein größter Kritikpunkt. Ich schätze mal, dass das Ding tatsächlich dann noch nichts sagt und das wie bei jedem In-App-Kauf ist, dass man die reaktivieren kann, wenn man das Ding nicht mehr drauf hat oder es runterschmeißen kann und es dann neu runterladen kann. Es wäre natürlich sehr cool, wenn das Teil jedes Mal, also wobei, ich glaube, es wäre nicht cool, wenn das Teil einem jeden Tag sagen würde, dass da irgendwas aktualisiert ist. Nee, will's ja gar nicht. Also ich bilde mir ein, auf der Webseite gelesen zu haben, dass sie, glaube ich, irgendwie im Zwei-Wochen-Rhythmus oder spätestens monatlich die Open-Street-Map-Daten aktualisieren, auf die sie zugreifen. Aber trotzdem, bei den Offline-Maps bleibt die Frage, wie kommt man an aktuelle Daten ran? Muss man da den etwas umständlichen Weg gehen? So nehme ich das an, aber das ist jetzt Mutmaßung, das kann ich nicht sagen. Wuscht. Trotzdem eine schöne App. Kommen wir zur nächsten. Bernardo. Ja, ich bin ja hier für Spiele zuständig. Das weiß ja jeder mittlerweile. Deswegen habe ich mich, ich genieße es mal wieder, zwei Spiele rausgesucht zu haben. Und ich fange mal direkt mit Weltrail an, wenn da nichts gegen spricht. haltet mich übrigens davon ab, dass ich gleich immer Fail Whale sage. Das liegt mir so im Kopf drin, statt Whale Trail. Ich würde immer Fail Whale sagen. Das liegt nicht am Spiel, oder? Nein, überhaupt nicht. Natürlich nicht. Nee, und zwar gibt es auch mehrere Gründe, warum ich das ausgelöst habe. Also, ich wollte es erst nicht nehmen, aus dem Grund, weil wir hatten, das ist nämlich ein One-Button-Game und das hatten wir jetzt in den letzten Spiele-Crabcasts relativ häufig, und zwar mit Mighty Finn, wenn man sich erinnert vielleicht damals und Jetpack Joyride. Und Whale Trail geht da schon in eine sehr ähnliche Richtung. Diesmal steuert man halt keinen kleinen Fisch, sondern einen großen Wal durch so eine bunte, bunte Welt. Bunt. Ja, es ist bunt. Ja, bunt ist eigentlich schon fast untertrieben. Das Wort, um diese Art Spiel zu beschreiben, muss eigentlich noch erfunden werden. Ich, also, du greifst mir wieder so wieder ein bisschen ins Wort quasi. Ich hatte mir eigentlich aufgehoben, das Spiel kann glücklich machen, so ein bisschen rauschmäßig, gerade wenn man die schöne Musik noch hat. Aber da wollte ich eigentlich zum Schluss drauf kommen. Also, das Spiel ist bunt. Man steuert einen Wal durch so eine Fantasiewelt, weicht dabei Wolken aus, sammelt Blubbles, also bunte Bläschen, die gleichzeitig dein Treibstoff sind, weil wenn du lange Zeit keine Blubbles mehr gesammelt hast, dann bist du irgendwann leer und fällst aus dem Bild. Das Gleiche passiert ja auch, wenn du durch diese Wolken fliegst, die mit Elektrizität gefüllt sind und dir auch deinen Treibstoff quasi nehmen. Jetzt geht es halt darum, möglichst weit zu kommen. Das ist ein klassisches, ja, Highscore-Game, wie gesagt, auch was das angeht, vergleichbar mit Jetpack Joyride und gefällt mir sehr gut. Das ist der Grund, warum ich es auch genommen habe und auch direkt nehmen wollte. Der Grund, warum ich es nicht nehmen wollte, war halt tatsächlich, wir hatten es jetzt schon so oft und ich glaube, die Entwickler hatten auch ein bisschen Pech, dass quasi, weil so ein Spiel, denke ich mal, mit so hohen Production-Values hat schon durchaus eine Produktionszeit von mindestens mehreren Monaten, also ich tippe mal ein halbes Jahr auf jeden Fall und da sind natürlich gerade Mighty Finn, was ja thematisch auch ähnlich ist und auch mit Jetpack Joyride vor kurzem zwei ähnliche Spiele gekommen, die sich ja auch irgendwo auf dem Erfolg von Tiny Wings inspiriert haben lassen. Ich habe es natürlich trotzdem genommen, auch weil... Allein um mich zu ärgern, wenn ich diese Spiele anspielen muss, wenn ich mich dann wieder komplett blamiere, weil ich in irgendwelche Wolken reinkrache. Naja. Nein, aber ich möchte auch zumindest sagen, dass es sich schon ein bisschen abhebt, also man kann im Gegensatz zu Jetpack Joyride und Mighty Finn das Tempo so ein bisschen selber bestimmen, indem man halt wirklich Loopings machen kann. Das heißt, das gibt dem Ganzen so eine etwas andere Dimension. Das heißt, man ist schon ein bisschen mehr Herr der Lage. Das Spiel hat einen wunderbaren Soundtrack. Also ich bin mir sicher, ihr beide kennt ihn nicht, aber es ist von einem durchaus bekannten Sänger ist die Musik. Der singt auch im Hauptmenü und zwar vom Sänger von den Super Furry Animals. Das ist so eine walisische Indie-Band. Der hat den Soundtrack gemacht. Von dem Spiel gibt es auch ein komplettes Musikvideo. Sehr schön. Und du kannst den Soundtrack über iTunes auch kaufen. Direkt im Hauptmenü wird es ja angeboten. Ja. Und ja, ich hatte das Video auch vor kurzem bei Facebook mal gepostet. Ich finde das eigentlich toll. Also für mich ist es auch so ein bisschen ein Zeichen, dass ja Mobile Games tatsächlich an Bedeutung gewinnen. Also das war, ist noch gar nicht so lange her, da war das echt so ein bisschen wo arbeitest du? Was macht ihr Mobile Games? Da wurden die Augenbrauen schon ein bisschen hochgezogen und das geht halt so langsam vorbei. Und das ist, dass halt, wie gesagt, so hohe Production Values drin sind, dass dann wirklich ein anerkannter Sänger sich für so ein Projekt hergibt oder wie auch immer das gelaufen ist, finde ich halt richtig toll. Und deswegen wollte ich es dann doch nehmen. Und jetzt gebe ich erst euch mal. Super, dann mache ich mal weiter. Ja, also der Sound ist wirklich, also man muss dieses Spiel eigentlich mit Sound spielen, wenn man so, wie wir es ja gerne hier machen, den Sound einfach aus hat, dann kriegt man wirklich nur die halbe Show mit. Das ist also echt wirklich gelungen. Und optisch, mein Gott, das ist knuddelbunt, aber es sieht halt super aus. Also die Wolken verpuffen groß und die Animationen sind, so schlicht sie ja sind, sind toll. Also was du gerade als Production Values bezeichnest, sie sind wirklich unglaublich hoch. Leider Gottes macht es mir nicht so viel Spaß wie Tiny Wings. Und ich, nachdem ich, das ja lange Zeit dann jetzt gespielt hatte, Jetpack Joyride ist auch so ein Spiel, das ich unendlich spielen kann durch diese blöden Aufgaben, Achievements und so ein Kram, die man in der Kriegt. Also das fehlt mir hier so ein bisschen oder es kommt nicht so rüber. Also für so eine Ein-Button-Thematik ist mir das schon fast wieder zu komplex, wie es aufgebaut wird mit dem Looping. Und klar, es hilft dabei, um ein bisschen Tempo ins Spiel reinzukriegen oder rauszunehmen. Aber da muss ich schon wieder fast zu viel nachdenken bei dem Spiel. Aber es sieht einfach super aus. Mehr will ich dazu nicht sagen. Mehr willst du dazu nicht sagen? Nee. Dann will ich was dazu sagen. Ich finde das so, dass du das als Kriterium nimmst, nimmst ein One-Button-Game nicht, oder das als Ausschlusskriterium zu nehmen. Also da müsste man ja irgendwie aufhören, Ego-Shooter zu testen am PC und einer Konsole, wenn man nur auf die Steuerung irgendwie ein Spielprinzip basiert. Nein, nein, nein. Ich wollte es jetzt nicht zu sehr ausführen, weil da warst du jetzt glaube ich nicht dabei. Aber das sind ja schon sehr ähnliche Spiele, die nach dem ähnlichen Prinzip funktionieren. Und die kommen halt alle aus diesem Java-Bereich, wo man dankbar war für Spiele, wo man nur eine Taste nutzen musste. Daher kenne ich die ab. Ich bin da auch ehrlich gesagt dankbar für. Ja, das zeigt ja, wo man die Spiele am meisten spielt. Also das ist ein mobiles Gerät, das man hat, wie so eine Navigation, wo die großen Knöpfe da gerade sind, das macht man unterwegs. Wenn es wackelt, ich habe letztens irgendwo so ein Buch gesehen, wo dann so demonstriert wurde, hier so entwickelt ihr die App und so sieht der User die App. Und das war dann alles so verwackelt. Und deshalb sollte man möglichst prägnante Sachen ja benutzen. Und genau so benutzt man die Sachen. Man will schnell irgendwie das spielen können, ohne dass man da, wie bei manchen Spielen, was war das, dieses Galaxy on Fire oder at Fire oder on War, das der Carsten irgendwann mal hier vorgestellt hatte, wo du ja wirklich alle Finger benutzen musstest und erst mal studieren musstest, bis du alle Funktionen drin hattest. Also Gott sei Dank ist es hier nicht so. Ja, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil dieses Touchscreen-Ding hat mich ja für Gaming, zumindest was quer durch die Genres betrifft, irgendwie noch nicht so richtig überzeugt. Und damit kommen wir auch gleich, das werde ich gleich bei dem nächsten Spiel, das Bernd vorstellt, noch ein bisschen ausführlicher machen. Da finde ich aber dieses, dieses, das wollte ich auch Fail Whale sagen, das Whale Trail tatsächlich ein positives Beispiel, weil ich habe auch in Tiny Wings unheimlich viele Stunden gesteckt und ich weiß genau, dass ich demnächst durch unsere Wohnung genau diesen Soundtrack von diesem Spiel klingen hören werde, wenn meine bessere Hälfte das Ganze mal in die Finger kriegt. Nee, also ich finde das Spiel echt super. Hätte ich gar nicht gedacht. Mir ist es ehrlich gesagt vom Grafikstil ein kleines bisschen zu knuddelig. Also da finde ich, Tiny Wings kriegt da immer noch so ein bisschen die, das macht den Deckel irgendwo drauf, während hier Whale Trail so noch jenseits von Gut und Böse sich befindet. Also im Hintergrund, die ganzen Viecher, die da irgendwie den Hintergrund bevölkern, das ist mir ein bisschen zu knuddelbuntig. Also vom reinen Grafikstil ist es toll, aber mir ist es ein bisschen zu viel Augen und Kullerdinger und außerdem erinnert mich, das fieh ich im ersten Teil an den Shitpickl vom Angry Video Game Nerd. Das kriege ich irgendwie nicht aus meinem Kopf raus. Shitpickl. Genau. Shitpickl. Ich habe es auf iPhone und auf iPad getestet, weil man kennt mich vielleicht, ich bin extrem Frameraten-Drop-up anfällig und auf dem iPhone 4 ist mir tatsächlich an einigen Stellen, gerade wenn es so rauszoomt, ein bisschen zu viel Geruckele, muss ich sagen. Das beeinträchtigt noch nicht die Spielbarkeit, aber ich fand es schon deutlich und zumindest nach meinen Verhältnissen. Das sind dann so Frame-Drops im 3- bis 4-FPS-Bereich. Ich habe es dann nochmal auf dem iPad 2 getestet, was ja einen stärkeren Prozessor beziehungsweise sogar zwei davon hat. Da läuft es ein bisschen besser, aber immer noch nicht so hundertprozentig rund. Also so 60 Frames Tiny Wings mäßig ist das Ganze noch nicht. Das würde dem Spiel, glaube ich, sehr gut tun, weil gerade bei diesen Loopings ist man ja so ein bisschen präzise unterwegs, und da fehlt mir so noch das letzte bisschen Response. Das liegt nur an deinen Push-Notifications. Ja, ja, genau. Tolle Überleitung. Ne, was ich noch sagen wollte, die, ähm, ich finde ja den Zoom-Verhalten stellenweise auf dem iPhone, das kommt mir vor, als wenn das Ding ein bisschen mehr raussummen würde als auf dem iPad. Aber das kann auch daran liegen, dass man das anders wahrnimmt. Und das finde ich stellenweise ein bisschen hakelig so. Aber sonst ist das ein wirklich tolles Spiel. Hätte ich nicht gedacht, als ich mir das heute so unbedarft runtergeladen habe. Dann lass uns doch mal direkt zu den Wertungen übergehen. Mach, Sven. Mach, äh, ich vergebe vier Sternchen. Schöne Spielchen. Ich mag sowas. Gerade so One-Button auf Mobile Devices bin ich, finde ich total toll. Kann mit einer Hand spielen, mit der anderen Hand was anderes machen. Finde ich toll. Ja, ich habe auch überlegt, was ich geben soll. Ich habe es natürlich logischerweise immer wieder mit Tiny Wings in Relation gesetzt. Und egal, wie schlicht Tiny Wings an einen Stellen er ist, es ist für mich trotzdem irgendwie noch der Maßstab momentan, was diese Sinuskurven One-Button-Spiele angeht. Ich war geneigt, 3,5 zu geben, da wir gesagt haben, wir geben euch keine halben Punkte mehr. Also Bernd hat das ja irgendwann mal hier so ganz stalinistisch durchgesetzt. Sage ich jetzt mal so. Klingt super. kriegt es trotzdem vier Sterne von mir. Das ist eine super App, es macht Spaß und für den Preis, mein Gott, das ist echt gut. Der Soundtrack ist einfach nur toll. Außerdem sagt er, I can see my house. Ja, ja, stimmt. Stimmt, das war auch sehr, ich habe es zuerst überhaupt nicht gepeilt. Ich dachte, was soll das? Wer sagt da die ganze Zeit was? Aber wenn er dann eben weit oben ist und sagt er, oh, guck mal. Ja, und jetzt du, Bernd, du gibst ihm nur zwei Sterne. Nein. Genau, einen Stern, weil. Mein größter Kritikpunkt. Nein, nein. Also, wenn überhaupt, mein größter Kritikpunkt, den hatte ich ja gerade schon mal so ein bisschen untergebuttert. Ich genieße auch One-Button-Games und für mich sind das dann schon auch inhaltlich ähnliche Spiele. Ist tatsächlich, ja, dass halt ähnliche Spiele doch verstärkt in den letzten Monaten kamen und auch im Licht der Öffentlichkeit waren. Ich will aber den Entwicklern quasi im Gegenteil überhaupt keinen Strick draus drehen, weil ich bin, wie gesagt, relativ sicher, dass die Produktionszeit bei so einem doch aufwendigen Projekt wie gesagt, mindestens ein halbes Jahr gewesen sein, muss. Vielleicht auch wahrscheinlich sogar mehr. Insofern, ja, können die da auch nichts für. Ich finde es toll. Soundtrack ist Bombe, was noch nicht gesagt wurde. Kleiner Punkt so, wenn man in so einen, in so einen, ja, Frenzy-Modus kommt, das ist so ähnlich wie bei Super Mario, wenn man den Stern hat, dann beschleunigt die Musik auch im Spiel. Und das ist, das gibt mir jedes Mal ein kleines Hochgefühl. Also, wenn ich sage, das Spiel macht, kann glücklich machen, es macht mich tatsächlich zumindest für jetzt glücklich. Wenn ich es spiele... Das heißt, das brauchst du auch ab und zu immer, ne? Ja, im Moment brauche ich es ein bisschen. Also, ich weiß nicht, wie lange das anhält, die Droge, aber für 79 Cent kann ich jedem empfehlen, sich auch ein bisschen was... Das ist, weil dieses kalte Wetter immer rein ist. Du lässt hinten die Tür immer auf, wenn wir hier podcasten. Aber Gott sei Dank hast du jetzt ja zugemacht. Ja, ja. Micha war kalt, habe ich die meine Tür zugemacht. Genau. Nee, also vier Sterne. Ich finde es wirklich toll. Insbesondere die Sache mit dem Sound. Also, wie gesagt, super Furry Animals, respektable Band, super Songschreiber. Der hat dafür die Musik gemacht. Das ist halt für mich auch wirklich das Zeichen, dass Mobile halt wirklich immer wichtiger wird. Sehr gut. So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zur einzigen Zehn-Sterne-App, die wir jemals vorstellen werden. Nämlich die App, die ich rausgesucht habe. Da muss ich vielleicht ein bisschen zu ausholen. Ich habe tatsächlich lange überlegt, was ich heute wählen soll. Ich habe überlegt, nimmst du irgendwelche Apps, nimmst du irgendwelche Spiele, nimmst du irgendwelche Sachen, die es nur für Android gibt, dann kann ich sie nicht testen. Nimmst du irgendwelche Sachen, die es auch für Android gibt. Oh, was machst du denn da, Sven? Hörst du mir nicht zu? Nee, ich wollte das gerade starten und kotzen, aber mach du erst mal. Ja, dann kam ich auf die Idee, dass ich vielleicht irgendwelche Apps nehme, die Multiplayer-Cross-Plattform funktionieren, also wo irgendwelche iOS-Leute gegen Android-Leute spielen und das Ganze war ein bisschen schwierig, weil entweder waren die Spiele alle nicht so toll oder die waren teuer und nicht so toll oder uralt. Und deshalb habe ich gedacht, mach's was ganz anderes, guck's mal, was momentan so alles so abgeht und ich habe auf unendlich vielen Seiten gelesen, dass jetzt Jeff Matsuda, der irgendwie der kreative Kopf hinter The Batman, der Trick-Serie war, jetzt eine App rausbringen wird, ein Spiel mit dem tollen Namen Age of Monsters und Monsters ist ja immer gut. Und selbst so bekannte Seiten wie Kotaku und Joystick haben gesagt, hey, das macht keinen Spaß, also habe ich es mir angeguckt und, was man auch in dem Artikel lesen konnte, festgestellt, dass es Schere, Stein, Papier ist. Schere, Stein, Papier. Es heißt sogar so. Ja, natürlich. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann denkt man natürlich, okay, Schere, Stein, Papier ist jetzt ja nun nicht gerade die spannendste Spielvariante oder das spannendste Spiel. Aber wenn da so ein toller Comiczeichner hinter ist, dann stimmt bestimmt die Grafik. Und die stimmt im Ansatz ja sogar auch. Da sind relativ coole Monster dabei, aber irgendwie hinterlässt das Ganze so einen ganz, ganz komischen Nachgeschmack. Das ist, weiß ich nicht, also das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also wenn man sich die Grafiken anguckt auf so einem Retina-Display vom iPhone 4, sieht das Ganze unendlich pixellig aus. Guckt man es sich in der zweifachen Vergrößerung auf dem iPad an sowieso und das Ding hat Ladezeiten, um die Animationen abzufahren. Das ist unglaublich. Nur um Schere, Stein, Papier zu spielen. Und das Ganze kann man noch nicht mal lokal mit irgendwelchen Leuten spielen. Man muss zwingend übers Internet mit anderen Leuten spielen. Und das ist wahrscheinlich sogar ganz gut gelöst, dass man dann Anfragen schicken kann. Man kriegt irgendwelche Push-Notifications, wenn der nächste Zug dran ist und alles und überhaupt. Das ist alles super. Aber ey, wenn man schon so ein episches Schere-Stein-Papierspiel macht, dann doch bitte wirklich episch-dämlich und nicht sowas. Also Mann und jetzt ihr. Ja, Bernd, mach mal. Sven, mach du erst mal. Ich muss erst abwischen. Ja, dann mach Sven. Nee, Bernd. Du hast gar nicht gesagt, was man da jetzt wirklich machen muss. Weil ich meine, es gibt ja immer die Steinschere-Papier-Liga. Das habe ich ja gerade im Vorgespräch schon gesagt. Das ist der Hammer. Kannst du das bitte noch einmal kurz erzählen, dass es die tatsächlich gibt? Ja, so gut. Ich kann erzählen, dass bei meinem ehemaligen Arbeitgeber hatten wir einen Java-Titel, Rock, Paper, Scissors. Und der hatte die offizielle Liga-Lizenz. Nicht, dass ich das vorher gewusst hätte, dass es sowas überhaupt gibt. Und hat mir jetzt auch nicht besonders geholfen, wenn ich das Spiel angeboten habe. Aber es gibt halt eine US-Untertitel-Liga dafür. Und ich bin mir sicher, dass dein Produkt die Lizenz nicht hat. Da bin ich auch sicher, ja. Aber was ich sagen wollte, du musst mal beschreiben, was man überhaupt macht. Man klickt einfach dreimal. Gut, es ist halt ein bisschen begrenzt vom Spielprinzip her. Aber man klickt einfach dreimal. Ja, also man wählt aus, ob man Schere, Steine oder Papier zeigen will. Also früher gab es ja tatsächlich... Erstmal wählt man ja noch einen Charakter aus. Ja, ja. Das finde ich auch noch ganz cool. Das ist tatsächlich auch noch ganz witzig. Du kannst einen von irgendwelchen Grusel-Monster-Geister-Charakteren auswählen. Wobei dann das große Fragezeichen bei mir wieder da ist, warum muss es denn zwei Charaktere zum In-App-Kaufen geben für, weiß ich nicht, 79 Cent oder so? Das Spiel ist übrigens umsonst. Das ist immerhin eine Sache, ne? Niemand. Ich glaube wirklich, niemand auf dieser Welt schaltet diese beiden Charaktere frei. Wenn man sie dann hat, dann wählt man, wie gesagt, den Charakter aus, mit dem man kämpfen will und legt dann diese drei Züge fest. Vor 100 Jahren gab es mal dieses Prügelpause im Internet. Das war so ähnlich. Da war ja auch Schere, Stein, Papiermechanik. Man legt seine drei Züge fest. Die werden an den Gegner geschickt. Der sieht sie nicht. Er macht auch seine Anzüge. Und dann kommt eine Animation. Genauso ist es hier auch. Ja, Bernd, mal weiter. Ja, also ich will es auch nicht zu lang machen, weil ich will dem Spiel, in Anführungsstrichen, weil so wirkliches Spiel ist es für mich eigentlich gar nicht. Also will ich auch nicht zu viel Aufmerksamkeit widmen. Aber Grafik ist an sich schön. Also vom Zeichen Stil her. Umsetzung finde ich nicht gut. Es macht einfach keinen Spaß. Es macht irgendwie noch nicht mal Sinn. Ja, und ich glaube, das reicht schon. Sven, mach du mal. Ich finde, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie schrecklich das ist. Ich habe Respekt vor den Animationen. Also Zeichentrick finde ich eine ganz hohe Kunst. Keine Frage. Aber das jetzt einfach mal weggewischt, ist das einer der größten Mist, den ich seit langem gesehen habe. Es ist nicht Retina. Es ist kostenlos, ja. Aber, oh mein Gott, ich will nicht das, mich davon abhalten lassen, schön rumzuranten. Das ist einfach fürchterlich. Es lebt ewig für das Abspielen von zwei Filmen parallel. Ja, das Laden dauert länger als das Ausbetteln nachher. Ich drücke jetzt mal auf Training Mode. Ich drücke jetzt auf Heidi und Dieter. Ich drücke auf Select. Jetzt drücke ich meine vier Moves da rein. Und jetzt drücke ich auf Fight. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt fängt der Kampf an. Und ich sage euch gleich, wenn der Kampf vorbei ist. Es ist unglaublich schlecht. Es ist einfach nur unglaublich schlecht. Ich finde das schade, weil die Animationen sehen toll aus. Und ich habe auch eigentlich die ganze Zeit gedacht, oh, das passiert, das ist bestimmt ein Promospiel zu irgendeiner Zeichentrickserie oder sowas. Ist es nicht. Ja, ja. Ich meine, die Animationen sind wirklich sehr, sehr schön. Ich meine, du hast diese beiden komischen Psychokinder, die dann sich diese Schere, Stein, Papier Sachen denken. Das sieht alles super aus. Aber wie kann man denn bitteschön so eine Vorlage, man nimmt die dämlichste Idee überhaupt, nämlich Schere, Stein, Papier, hat ein begnadetes Zeichenstudio wahrscheinlich dahinter. Und wie kann man die denn so in den Sand setzen? Das ist mal ernsthaft. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, das ist eine wahnsinnig tolle Zeichentrickserie, die unglaublich lustig ist und die total gut gemacht ist. Und das ist einfach nur so das Promospiel, was dabei rausgefallen ist. Aber das enttäuscht mich jetzt noch mehr, dass da wirklich irgendein armer Tropf nur für dieses Spiel diese Animation machen musste. Und vor allem, wenn du dann die Statements in den Reviews liest, ne? Absolutely beautiful game. It's a pleasure to behold. The game looks great. It's simple and matches are satisfying. Sehr, sehr geil finde ich dann. Das ist wie das Baby von Michael Bay und H.P. Lovecraft. Ja, da komme ich wieder ein bisschen drauf klar, wenn Michael Bay dabei ist. Oder schön ist auch der Kommentar von Jordan Magner, der ja hier so Sachen wie Prince of Persia gemacht hat damals und Karateka, der dann gesagt hat, super Umsetzung für Schere, Stein, Papier, kann wahrscheinlich nur getoppt werden, wenn irgendwann mal Schere, Stein, Papier, der Film kommt. Den Kommentar fand ich dann schon wieder gut. Das ist dann wahrscheinlich ironisch geworden. Ja, natürlich, aber oh mein Gott. Ja, aber es hat bei One for Eight Apps immerhin auch eine recht bekannte Seite vier von fünf bekommen, was mich dann schon ein bisschen... Ja, das hast du jetzt gesagt, aber könnte ich mich anschließen. Also ich finde ja, Schere, Stein, Papier will ich jetzt gar nicht so vom Spielprinzip heruntermachen. Nur ich finde ja auch die Idee prinzipiell lustig, so dieses E-Mail-Gaming, war ich immer schon irgendwie ein Fan von, so bei Rundenstrategie oder bei so Sachen wie Karkaston oder sowas, finde ich total toll. Deswegen, wenn man mir einfach nur so eine ganz schnell responsive Schere, Stein, Papier-App geben würde, die nicht so lange rumlädt, dann fände ich das gar nicht mal so unwitzig. Also wirklich einfach nur Schere, Stein, Papier zu spielen. Oh, ich wette mit dir, dass in den nächsten Wochen unendlich viele von diesen Apps rauskommen werden, weil iOS 5 hat ja in den APIs jetzt sowas drin. Turn-Based Gaming ist eingeführt worden, dass man das mit einem Game Center machen kann, wo solche Apps quasi prädestiniert für sind. Und ich wette mit dir, irgendwelche Hobby-Programmierer, so wie ich, werden es in den nächsten Wochen zuhauf in den App Store reinschieben. Also ich werde es natürlich nicht tun. Und wenn man gemacht ist, da habe ich da nichts gegen. Aber so ist einfach nur, das funktioniert hier einfach nicht. Es ist einfach absolut zwei Dinge, die nicht miteinander funktionieren, zusammengegossen. Und das ist einfach nur dann, da kommt Grütze bei raus. Und deswegen, ja, nehme ich direkt vorweg, darf ich null Sterne vergeben? Also für das Spiel vergebe ich null Sterne. Für die Animation vergebe ich vier. Aber das Spiel ist einfach nichts. Dann ist es ja mindestens einer. Es ist kostenlos. Okay, ich gebe einen Stern, weil man sich die Animation einmal angucken kann. Das sieht nett aus. Wenn man alle einmal gesehen hat, hat man es durch. Aber da hat man mindestens eine Minute seines Lebens in der Ladezeit verschwendet. Das kann ich nicht verantworten. Ich werde es. Ihr seid live dabei. Ja, also ich gebe auch, ich hätte mich jetzt ein bisschen geärgert, wenn Sven null hätte geben dürfen, weil ich habe mir eins notiert, weil das das Niedrigste ist. Deswegen gebe ich einen Stern. Den verdient sich das Ding natürlich, wie auch schon alles gesagt wurde, mit der an sich schönen Grafik. Aber ansonsten, ja, Sven löscht ruhig. Ansonsten kann ich dem überhaupt nichts abgewinnen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich meine, ich verdiene da nichts mehr dran. Da gefiel mir sogar das Java-Spiel, was ich gerade erwähnt hatte, besser. Und das will was heißen. Und es hatte die Liga-Anbindung, mein Gott. Es hatte die Liga. Ja, ich schließe mich an. Ein Stern, ich war sowas von entsetzt, als ich tatsächlich, ich meine, hallo, da hätte man wirklich so viel rausmachen können aus so einem Scheiß, aber nein. Ein Stern. Bernd, mach deinen nächsten Titel. Ich? Ja, natürlich. Weil das andere ist etwas komplexer. Ach, okay. Dann erst mal Spaß und dann kommt Sven. So. Ich stelle jetzt Bring Me Sandwiches vor. Und das ist ein Spiel von Adult Swim. Wer sich erinnert, wir hatten vor zwei, drei Episoden Monsters Ate My Condo, das komplett durchgeknallte Puzzle-Spiel. Das ist von den gleichen Machern, respektive vom gleichen Publisher. Weil, ich glaube, Entwickler sind das andere. Ist auch nicht ganz so durchgeknallt, aber immer noch durchgeknallt genug. Und zwar landen Aliens auf der Erde und haben Hunger und wollen Sandwiches. Und man steuert so einen kleinen, bisschen unbedarften, ja, Botenjung. Und der läuft halt durch Levels. Es ist aufgebaut mit Jump'n'Run. Steuert sich meiner Meinung nach zwar manchmal ein bisschen hakelig, aber dafür, also ich bin ein absoluter Gegner von virtuellen Tastaturen auf einem Touchscreen. Aber was das Spielprinzip angeht, geht es halt nicht anders. Aber ich finde, es steuert sich dafür noch ganz gut. Und man sammelt halt auf den Sandwiches Dinge, die man im Level findet, auf. Da gibt es auch Gegner. Die sollte man natürlich vermeiden. Und je öfter man, also manche Aliens wollen halt auch mehrere Sandwiches haben. Und die gibt man halt in mehreren Schwüngen dann wieder ab. Da ist das eine, dann das andere. Und je mehr Sandwiches man schon abgeliefert hat, desto größer sind die Objekte, die man halt auf das Brot legen kann. Was ganz witzig ist, dass man dann irgendwann ganze Gebäude auf das Sandwich legt. Und Hunde und Katzen und Gegner dann auch. Also an sich stimmt da, finde ich, Optik und Idee, aber auch die Spielmechanik, weil doch ein bisschen mehr hinter steckt, als man eigentlich denkt. Weil gerade mit dieser Mechanik, die ich gerade erwähnt habe, dass man halt bei den späteren Sandwiches in einem Level halt auch größere Gegenstände auf das Brot legen kann, erreicht man da durchaus auch Stellen, die man vorher überhaupt nicht erreicht hat. Insofern hat es das, was mir bei Monsters at Macondo so ein bisschen gefehlt hat, also da sehe ich halt auch noch ein bisschen, ja so ein bisschen tieferen Spielspaß dahinter. Also ein bisschen mehr Level-Design im eigentlichen Sinne. Und was ich sagen kann, Musik finde ich hier auch richtig toll. Grafik finde ich richtig gut. Auch so die Sprachsamples. Also wenn der Botenjunge dann irgendwie mit bedrückter Stimme sagt, ich weiß gar nicht, was er genau sagt, irgendwie okay. Okay. Ja, genau. Und dann wieder losläuft, um dem Alien da das Brot zu belegen. Finde ich es eine witzige Idee, die wirklich professionell umgesetzt ist. Habe eigentlich kaum Kritikpunkte. Bisschen die hakelige Steuerung, aber da geht Sven bestimmt noch ein bisschen drauf ein. Darf ich? Ja. Also gleich zu Beginn, ich muss das ein bisschen abstrafen. Ich habe damit irgendwie wahrscheinlich wieder persönliche Probleme. Ich bin generell kein Freund. Adult Swim kommt ja, glaube ich, aus dem Flash-Game-Umfeld. Die haben ja mit Robot-Duty-Con-Attack damals mich sehr glücklich gemacht. Ich habe irgendwie, ich mag irgendwie diese, anders. Die Animationen sind super. Also ein super Grafikstil. Das Intro ist ein Highlight. Das ist echt wunderschön gezeichnet, wunderschön animiert. Ich bin nur irgendwie kein Freund von diesem Quetscheffekt, der so aus Flash stammt. Und den benutzen die Jungs sehr gerne. Und das macht irgendwie, ich weiß nicht, das sieht komisch aus. Irgendwie, ich weiß nicht, der stört mich. Von der Steuerung her habe ich das Problem, es gibt drei Steuerungsvarianten. Es gibt eine Tilt-Steuerung, mit der komme ich gar nicht klar. Ich bin sowieso irgendwie, außer bei Flight, bei X-Plane, irgendwie kein Freund von Bewegungssteuerung auf dem iPad. Die funktioniert in den meisten Fällen ja auch nie. Ja. Dann gibt es eine Swipe-Steuerung, bei der man so nach links und rechts wischt, damit das Männchen nach links oder rechts sich bewegt. Und auf der anderen Seite tappt man dann zum Springen. Und es gibt so ein virtuelles Joypad. Normalerweise komme ich mit dem dann am besten klar. Aber hier ist das irgendwie nicht der Fall. Also irgendwie, ich kann diese Sprünge nicht timen. Der scheint ein bisschen zu verzögert zu springen. Und gerade, wenn man dann, ich weiß nicht genau, je nachdem, auf welchem Untergrund man landet, federt der so ein bisschen. Wenn man jetzt auf so einem Agent, der da einen irgendwie im Level hält und sowas landet, dann federt der nochmal so ein bisschen. Ich dachte erst, man könnte den als Sprungbrett benutzen. Das ist aber nicht so. Dann dachte ich, okay, man federt nur auf diesen Agents. Man federt aber auf ganz vielen anderen Dingen auch. Und irgendwie war das bisher für mich noch nicht so ganz durchsichtig. Aber von der Spielmechanik her ist es eigentlich nett. Es ist so ein bisschen an Katamari angelehnt. Je größer man das Sandwich macht, desto größere Gegenstände kann man auch aufsammeln. Wie du eben schon zu Fail Whale, ja, zu Whale Trail sagtest. High Productive Value, High Production Value. Tolles Spiel so vom Prinzip her. Ich habe nur wieder wahrscheinlich persönliche Probleme, weil die Steuerung nicht so reagiert, wie ich es gewohnt bin. Weil mich hat sehr von der Sprungmechanik her an, jetzt muss ich gerade gucken, wie es heißt, das Spiel mit der lustigen kleinen Katze. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Ein Plug im Plug machen. Nämlich... Stellt da direkt noch ein Spiel vor. Genau. Picks and Rush Love ist ein ganz tolles Spielchen. Das ist mal eine kleine Katze, die kleine Münzchen aufsammeln muss. Und daran hat es mich so ein bisschen von der Sprungmechanik gerendet. Nur während es da halt super responsive ist, ist das halt so bei... Kannst du das auf Deutsch sagen? Ein deutscher Podcast. Wenn es da sehr schnell anspricht, sehr responsiv, habe ich das Gefühl, genau, sehr responsiv, habe ich das Gefühl, dass bei diesem Sandwich-Spiel so ein bisschen die Animationen da im Weg stehen. Und das ist so ein Ding, das müssen Entwickler irgendwann lernen, dass sie halt die Animationen der Spielmechanik nicht im Weg stehen dürfen. Ansonsten macht das echt Spaß. Es hat einen guten Humor. Gerade der Typ ist halt witzig mit seinen Kommentaren und so. Ja, okay. Weil er ist halt so irgendwie der 0815-Sandwich-Typ, der auf dem Weg zur Mülltonne irgendwie von der Regierung rekrutiert wird. Du musst jetzt Sandwiches für die Aliens machen. Der hat halt gar keinen Bock. Butterbrote, keine Anglizismen. Butterbrote, Entschuldigung, Micha. Er nennt ja das jetzt auch Quob-Werfer. Mhm. Okay. Ja. Nee, ich finde, also eigentlich finde ich es toll, nur irgendwie die Steuerung eben. Ja, geht mir ähnlich. Und was ich allerdings überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, du hast gesagt, die Musik ist super. Die Musik ist fünf Minuten gut und dann ist sie mir so unendlich auf den Zeiger gegangen. Ja, dann musst du schon schneller im nächsten Level kommen, da ändert sich die Musik. Nee, wirklich? Auf Dauer weiß ich nicht, weiß ich nicht. Zwischen den Ländern. Ah, zwischen den Ländern, das habe ich gar nicht, ach, das meinst du mit Level. Soweit habe ich ja gar nicht gespielt. Nee, aber sonst ist es tatsächlich sehr unterhaltsam. Das, was Sven sagt mit diesen Quetsch-Animationen, die man ja sehr aus dem Flash-Umfeld eben kennt, fand ich jetzt nicht wirklich störend. Es passt dazu, weil die Figuren sehen genauso aus wie, es passt einfach. Der Humor ist gut. Was ich ein bisschen schwierig fand, man wusste manchmal nicht, was sind jetzt Gegenstände, die einfach nur so irgendwie rumstehen, an denen man vorbeilaufen kann und auf die man draufspringen kann. Das fand ich immer ein bisschen schwierig. Ansonsten, die Idee ist großartig. Also so ein Jump'n'Run, das auch noch so schön umgesetzt ist mit der Mechanik, habe ich noch nicht gesehen. Was ausgesprochen gut funktioniert hat, fand ich tatsächlich die verschiedenen Steuerungsvarianten. Denn eine hat tatsächlich immer gepasst. Gut, wenn man sich darauf einlässt, dass es an manchen Stellen so ein bisschen federt, als was Sven gesagt hat. Aber mir waren meine Finger nicht wirklich im Weg. Bei diesem Swipen fand ich ganz angenehm. Die virtuellen Buttons fand ich nicht so gut, aber die finde ich nirgendwo gut. Ist eine runde Sache. Also tatsächlich, alles andere habt ihr beide ja schon gesagt. Ja, es ist jetzt da auch nicht so tragisch, wenn man mal mit der Steuerung daneben liegt, weil man ja eigentlich nicht sofort irgendwie sterben kann oder so. Also bei einem Tiny Wings wäre es fatal. Wobei, da kann man eigentlich auch nicht sofort. Es gibt halt Spiele, da ist so ein Fehlgriff in der Steuerung, so ein R-Type oder so, was wäre fatal. Und da ist es ja, da fährt man dann maximal mal vom Haus runter und geht dann wieder hoch. Also eigentlich geht es. Ja, verliert ein bisschen Energie und wenn man dann eben zu viel Energie verloren hat, war das Feierabend. Aber es ist sehr dankbar, das Spiel. Wollen wir direkt in die Wertung drüber gehen? Klar. Gut. Sven? Ich bin ein bisschen unschlüssig. Also objektiv würde ich vier Sterne geben. Persönlich würde ich halt nur drei Sterne geben, weil mich das mit der Steuerung doch sehr aufregt. Normalerweise finde ich bei drei Varianten immer eine, die passt. Aber da werde ich irgendwie nicht wahr mit, mit keiner der drei. Weil irgendwie fehlt immer irgendwie so ein bisschen was. Deswegen muss ich sagen, ich kann nur drei geben. Ja, es ist bei mir ähnlich, aber aus anderen Gründen. Also bei mir ist es eher das Spielerische, was mich so auf lange Sicht nicht überzeugt hat. Gut, ich habe es echt nicht so lange gespielt, aber das war der Grund. Weil, weiß ich nicht, also das fand ich jetzt nicht so herausfordernd. Wobei cool fand ich tatsächlich manche Kapitelüberschriften. Die Namen, die waren schon, also der Humor ist einfach größer in dem Spiel, kann man unterm Strich sagen. Ich würde gerne vier geben, aber weil es mir nicht so hundertprozentig spielerisch gefällt, muss ich auch drei geben. Ja, und ich mache das, was mich ja nicht sich nicht traut. Ich gebe vier. Ich, Alter, Halunke. Verwegen. Verwegen, absolut. Also ich, es ist nicht flawless, also Entschuldigung, Micha, es ist nicht makellos, aber ich finde halt die genannten Punkte sehr, sehr gut. Auch, also Grafik, Sound, ich finde den Sound auch toll. Vielleicht war ich schnell genug in der nächsten Welt, dass er mich nicht auf den Senkel ging, aber halt auch Steuerung. Ich habe direkt diese Swipe-Mechanik, die ja, glaube ich, vorinstalliert ist, Das ist der Standard. Genau, Standard. Er fragt dich doch am Anfang, oder? Ist nicht der erste Agent, der dich fragt, möchtest du die virtuellen Buttons haben oder die Swipen? Ich meine, ja. Ich weiß ihn nicht. Also ich habe kopfüber ins Spiel gestürzt und hatte diese Steuerung und bin da eigentlich ganz gut mit klargekommen. Nur an ein, zwei Stellen habe ich ja gesagt, es ist ein bisschen hakelig, aber ansonsten bin ich da sogar erstaunlich gut mit klargekommen, weil ansonsten mag ich es überhaupt nicht, wenn man einfach ein Gamepad auf so einen Touchscreen legt und dann quasi es emuliert. Da komme ich so gut wie nie mit klar. Deswegen fallen für mich eigentlich so klassische Jump'n'Runs so meistens raus. Da habe ich gar keinen Spaß dran. Bei dem funktioniert es und ich möchte mal betonen, dass ich das Game Design wirklich cool finde, also das Level Design insbesondere, gerade mit dieser, dass man da mitgespielt wird, dass wenn man halt später die größeren Gegenstände nehmen kann, auch andere Stellen erreicht im Level. Das erwähne ich halt einfach nur, um es ein bisschen abzugrenzen von diesem Monsters Ape mit Kondo, was ähnlich durchgeknallte Idee hat. Stimmt, das war sehr, sehr eintönig, dann war auch nichts Neues dazukam. Genau, also ich will damit sagen, bei den Bring Me Sandwiches, da steckt schon noch ein bisschen mehr hinter, was ich sehr gut finde. Deswegen gebe ich die vier Sterne gerne und auch 79 Cent, genau wie auch Whale Trail, kann ich, absolute Kaufempfehlung. So, letzte App und diesmal kein Spiel. Genau, kein Spiel. Ich bin derjenige, der hier die wirklichen App-Teil hochhält. Du ziehst die Stimmung runter jetzt. Genau, ich ziehe die Stimmung runter. Du bist der Epileptiker. Ich bringe Freude und Push-Notifications zu den Menschen. Nein, die meisten kennen die App wahrscheinlich schon. Ich bin immer der Meinung, also ich habe immer das Gefühl, ich stelle Apps vor, die irgendwie jeder schon kennt. Ich rede von Boxcar. Das ist etwas, was ich in letzter Zeit wieder sehr lieb gewonnen habe. Boxcar ist eine App, die lange bevor iOS 5 etwas mehr Push-Notifications und das Notification Center implementiert hat, sich der Problematik angenommen hat, wie man so Nachrichten, die man per Push reinkriegt, so ein bisschen aggregieren und zusammenhalten kann und vor allem auch Dinge zum Pushen kriegt, die normalerweise nicht pushen. Und da war Twitter damals eines der ersten, die da wirklich populär wurden. Das Ganze funktioniert im Grunde so, dass ihr euch bei Boxcar einen Account klickt. Die App gibt es für das iPhone, für das iPad und mittlerweile auch in einer Beta-Version für den Mac, die allerdings bei jedem Ruhezustand sich selbst ins Abseits schießt und dann nicht mehr will. Aber das ist ja auch noch Beta und Beta ist Beta. Auf dem iPhone und auf dem iPad klappt es bei mir aber wunderbar. Ich weiß, dass bei Bern scheinbar ein paar Probleme herrschen. Da kommt er sicherlich gleich zu. Ich habe es in letzter Zeit, ich wollte eigentlich umsteigen, weil mir eigentlich der Gedanke, eine separate App für Push-Notifications zu haben, nicht so wirklich gefallen hat. Ich habe allerdings jetzt beim Umstieg auf iOS 5 dann den Apps, die jetzt mittlerweile selber pushen können, zum Beispiel Tweetbot für Mentions und Direct Messages und sowas, dann ihre Push-Rechte mal gegeben und das hat bei mir irgendwie so gar nicht zuverlässig funktioniert. Und Boxcar hat mich wirklich noch nie im Stich gelassen. Also wirklich jede Direktnachricht, jedes Mal, wenn ich erwähnt werde, wird es wirklich sofort auf mein Handy und auf mein iPad gepusht. Ich habe es lautlos, ihr braucht es gar nicht versuchen. Und, oh, das iPad habe ich nicht lautlos. Und man kann das Ganze eben auch so wirklich custom-mäßig einstellen. Es gibt nicht nur Twitter, es gibt RSS-Feeds, kann man da reinstecken. Man kann sogar Twitter-Suchen da reinstecken. Also jedes Mal, wenn zum Beispiel jemand Quop erwähnt oder wenn jemand meinen iPad-Doktor erwähnt oder wenn, ihr könnt auch über Boxcar jemanden followen, der nicht in eurer normalen Timeline drin ist. Also wenn ihr unbedingt mitkriegen wollt, wenn jemand einen Tweet absetzt, dann könnt ihr dafür einen separaten Follow in Boxcar definieren. Und das Schöne ist halt, diese ganzen Einstellungen sind nicht in der App lokal gespeichert oder nicht nur in der App lokal gespeichert, sondern die sind wirklich in eurem Boxcar-Account gespeichert. Wenn ihr also euer Gerät wechselt oder aufs iPad jetzt das aufbringen wollt oder so, überhaupt kein Ding. Einfach Boxcar installieren in euren Account einloggen und schon sind da sämtliche Einstellungen mit drin. Ja, und so kann man sich eben über Nachrichten informieren, über den Release von Podcasts kann man sich informieren. All sowas eben in Echtzeit direkt zack aufs Handy mit verschiedenen Tönen für die Pushs und auch, man kann auch einstellen, dass es irgendwie gar nicht pushen soll und nur eine Batch anzeigen soll. Also eine Nachricht oben auf dem Bildschirm oder das ist... Das ist toll, wie das klappt. Da sagt man einmal bitte deutsche Begriffe und schon... Ich bin ja eigentlich dafür. Ich bin ja eigentlich dafür. Oder das ist nur... Strictly nur deutsch geused. Eine kleine rote Blase mit einer 1 drin an das App-Symbol dran pappt. Ja, man kann es wirklich sehr flexibel einstellen. Was ich echt gerne hätte und das wäre für mich so das Oberkiller-Feature und da habe ich mit den Entwicklern auch schon mal geschrieben, wäre, wenn man bei einem RSS-Feed, den man in Boxcar abonniert, sagen könnte, erinnere mich nicht bei jeder Meldung, die da reinkommt, sondern nur, wenn ein bestimmtes Keyword auftaucht. Das wäre echt toll. Wahrscheinlich könnte man sich da mit irgendwie Yahoo-Pipes oder so irgendwie ein Custom-RSS-Feed zusammen basteln, aber ich hätte das schon ganz gerne direkt in Boxcar drin. Das wäre echt so. So, und jetzt stell mir doch mal oder beantworte mir doch mal die Frage, warum muss man denn Instant-Push-Notifications haben, wenn in irgendeinem RSS-Feed das Wort Käseklumpen drin vorkommt? Warum man das muss, weiß ich nicht. Warum ich das muss, weiß ich, weil ich es gerne möchte, weil ich es kann. Das ist eine blöde Aussage. Ich weiß, aber da ist jeder sich selbst der Nächste. Also, es gibt diverse Anwendungsfälle, wo ich das einfach gerne hätte. Also, wie gesagt, bei Twitter und so kann ich es auch noch verstehen oder bei irgendwelchen anderen Apps, die ja auch so Push-Notifications drin haben, wie so ein WhatsApp, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, im Vorfeld, vor dem Podcast, was, was Bernd benutzt, was ja auch relativ viele benutzen, aber dazu muss man jetzt dann sagen, ich habe mich ja konsequent geweigert, diese App jetzt tatsächlich auszuprobieren, weil ich so eine Marotte habe, so einen Tick habe und überhaupt gar keine Push-Notifications auf meinem iPhone oder auf meinem iPad aktiviert habe und es einfach nicht brauche oder einfach nicht haben will. Und deshalb frage ich mich, okay, an welchen Stellen ist sowas tatsächlich sinnvoll? Also, ich finde es gerade, also, ich habe oft so den Fall, zum Beispiel, wenn ich darauf warte, dass eine neue iOS-Version released wird oder keine Ahnung, irgendwie, wenn man weiß, es ist gerade irgendwas in den Nachrichten passiert, wo man darüber informiert werden möchte, dann möchte ich, wenn ich mir da den Spiegel.de oder Tagesschau.de Feed reinkippe, möchte ich nicht bei jeder Nachricht irgendwie informiert werden, sondern ich möchte wissen, wenn es was Neues zu dem speziellen Ereignis gibt. Das finde ich alles okay. Das finde ich, also, Lin schreibt ja auch gerade von dem Chat hier, Monitoring möchte wissen, was zum Thema heute kommuniziert wird über einen selber oder das eigene Projekt. Finde ich auch alles plausibel. Aber das sind alles Sachen, die muss ich nicht instant haben. Also da reicht es mir tatsächlich in meinem Feed-Reader, wenn der dann irgendwie ein Sternchen davor macht und sagt, oh, hier wird wieder das und das erwähnt oder spezielle Smart-Lists oder sowas. Wie gesagt, da bin ich auch sehr, sehr speziell. Es geht ja jetzt nicht darum, dass du unterbrochen wirst im Sinne von einer Notification. Da hat ja iOS 5 uns endlich die Erlösung gebracht von, oh mein Gott, du musst das jetzt hier sofort beantworten. Da gibt es ja mittlerweile Möglichkeiten für das. Da ist ja jetzt nicht speziell das Problem von Boxcar. Mir geht es darum, dass es wirklich eine Möglichkeit geben sollte, sowas wirklich instantan auch da reinzukriegen, dass ich vielleicht nur durch den Ton oder durch den Vibrieren oder wie auch immer darauf hingewiesen würde, dass da irgendetwas gerade in Echtzeit passiert ist. Also das Internet bewegt sich immer mehr in Richtung Echtzeit und ich beschäftige mich seit langer Zeit mit Informationsmanagement für meinen persönlichen Infostream. Und ich merke immer wieder, dass ich so viele Feeds gar nicht mehr in meinem Reader irgendwie leer kriege oder auch meine Timeline nicht mehr komplett durchgelesen kriege. Und da bin ich echt für jedes bisschen an App dankbar, dass mir so ein bisschen Arbeit und Aggregation abnimmt. Und da war Boxcar wirklich bisher immer sehr, sehr zuverlässig, weil das sehr flexibel ist und sich ganz gut verbiegen lässt für eigene Zwecke. Möchtest du auch noch was dazu sagen, Bernd? Ja. Ganz kurz vielleicht. Ich bin ja bekennender Spielefreund und wenn es dann an Apps geht, habe ich natürlich an sich auch nichts dagegen. Oft ist es aber nur ein bisschen undankbar, wenn man quasi sich Apps anschaut, die eigentlich überhaupt keinen Bedarf decken, den ich eigentlich habe. Ich gucke es mir natürlich trotzdem an. In diesem Fall war es halt so. Also ich weiß nicht, also ich habe nie den Bedarf gehabt, irgendwie diesen Hub zu haben, wo ich dann irgendwie alle Feeds und Facebook-Account und Twitter-Account irgendwie alle reindaufen lassen habe. Habe es mir dann trotzdem angeguckt. Und dann hatte ich natürlich das Pech oder ich weiß nicht, die App hatte das Pech, dass sie bei mir nicht funktioniert. Also ich habe sie installiert, runtergeladen, wollte dann natürlich Facebook, Facebook habe ich mich dann angemeldet, meinen Twitter-Account, mehrere Feeds zum Ausprobieren. Nur da kam halt nie was. Ja, ich habe die ganze Zeit gewartet. Vielleicht bist du auch einfach so ein Mensch, bei dem einfach nichts passiert. Naja, ich habe dann auch durchaus an mehreren Stellen dann selber was getweetet und was weiß ich, Facebook geguckt und dann sieht man ja, dass da doch durchaus was gekommen ist, aber auf dem Gerät kam halt nichts. Habe mich dann schon ein bisschen gewundert. Ich suche ja meistens bei Fehlern immer bei mir selbst zuerst. Das ist löblich. Absolut löblich. Aber dann habe ich in den Reviews zu der App gelesen, dass es halt nicht nur mir so geht, sondern zumindest noch ein paar anderen Leuten, woran das auch immer liegt. Ich habe es jetzt auf dem iPad 1 installiert, noch mit dem 4.3, also noch nicht mit dem 5er-Update. Und dann kam dann irgendwann, nahmhört das tatsächlich, bei einem Feed kamen dann halt Nachrichten rein, bei anderen überhaupt nicht. Das heißt, es funktioniert auch nicht irgendwie zuverlässig nicht, sondern irgendwie bei manchen funktioniert es, bei manchen nicht. Insofern, ich weiß selber, dass man manche Fehler auch nicht ganz ausschließen kann. Deswegen tut es mir auch ein bisschen leid, aber ich kann einfach so, wie ich es heute erlebt habe, wie es auf mich gewirkt hat, kann ich dem Ganzen nicht mehr als einen Stern geben, weil es deckt nicht den, also ich habe nicht den Bedarf, den das Ding deckt. Das ist aber noch kein Problem. Oft bei gewissen Apps, die Sven auch vorstellt, entdecke ich auch Mensch. Glimpse zum Beispiel, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar und dann fand ich es super. Ja, da gebe ich dann noch die vier Sterne. Ich bin ja nicht fies, aber es funktioniert dabei auch nicht. Und ich nutze das ähnlich gelagerte Flipboard, was halt ein bisschen weggeht von dem Notification-Ding, sondern halt, also wenn es mir darum geht, irgendwie... Ob das jetzt ähnlich gelagert ist, also... Sagen wir mal, ich konnte es ja nicht richtig testen, Sven. Es hat ja nicht funktioniert. Also sagen wir mal, für das, wie ich es genutzt hätte, Boxcar, also irgendwie diesen Hub zu haben, also Facebook ist mir egal, das pusht mir direkt aufs iPhone, aber um halt irgendwie meine ASS-Feeds irgendwie schön gebündelt zu sehen und vielleicht auch noch schnell aufbereitet, nutze ich halt Flipboard. Das funktioniert auch, das funktioniert tadellos, ist dazu auch kosten- und werbefrei. Boxcar ist ja zwar kostenfrei, aber nicht werbefrei. Das heißt, da kann man halt Werbung für 3,90 Euro rauskriegen. Also Boxcar ist jetzt wirklich nicht das Ding, in dem du deine Feeds liest, sondern es ist mehr so, bevor es dieses Notification Center gab, war es halt eigentlich die Variante, wo du Notifications nachhalten konntest. Also es war weniger als wirklich jetzt der Konsum-Feed gedacht, sondern mehr als so, was ist denn in den letzten zwei Stunden wirklich reingekommen, wenn du so mehrere Notifications bekommen hast. Da war es eigentlich der, das war eigentlich der sekundäre Anwendungsfall. Der primäre Anwendungsfall ist tatsächlich einfach nur Sachen zum Pushen zu kriegen, die normalerweise nicht pushen. Und damit sind wir bei einem Problem, was iOS schon irgendwie ewig hat, nämlich diese Pushes sind manchmal einfach nicht zuverlässig. Also als ich mein iOS neu installiert hatte, ich hatte mein Telefon komplett neu aufgesetzt mit iOS 5 und ich habe wirklich fast zwei Tage lang gar keine Pushes gekriegt. Und erst als ich dann lustigerweise Boxcar installiert hatte, weil ich, auf das wollte ich eigentlich dieses Mal verzichten versuchsweise, erst da war irgendwie so die Leitung durchgepustet und plötzlich fing dann wieder alles an zu pushen, was vorher nicht gepusht hat. Also nicht mal die iCloud hat bei mir gepusht und die sollte ja irgendwie ihre Mails drauf pushen. Das ist also oft die Konfiguration in der eigenen Firewall oder diverse andere Dinge. Also gerade so ein iPad, was sich dann im WLAN befindet, das kommt schon mal einfach, das kann einfach nicht nach draußen telefonieren und kriegt dann schon mal einfach keine Pushes. Da fehlt jetzt die App abzustrafen. Ja, genau. Da fehlt jetzt die App abzustrafen mit einem Stern. Ich würde sagen, du enthältst dich lieber, sonst komme ich vorbei. Ja, würde ich auch sagen. Also enthalten ist da, glaube ich, die sinnvollere Variante. Ja, dann enthalte ich mich. Weil letztendlich geht es mir eh nicht. Also ich komme ja tatsächlich noch aus irgendeiner Retro-Welt, wie du ja letztendlich auch, Sven, der das iPhone vom ersten Modell an genutzt hat und irgendwann kamen halt die Push-Notifications dazu, wo dann die bösen, bösen, oh, das geht aber auf die Akku-Lebensdauer und die alten iPhones hatten auch nicht so eine super Akku-Lebensdauer. Ich meine, haben die neuen auch immer noch nicht. So, dass ich Push-Notifications aus Prinzip nie angehabt habe. Mittlerweile ist ja, glaube ich, alles ein bisschen anders und auch ein bisschen zuverlässiger. Weil früher hast du ja schon mal, dass er dann ständig gecheckt hat und irgendwelche Sachen so den Akku leergezogen hat. Was er ja auch gerne mal gemacht hat, wenn die irgendwelche Änderungen an diesem Mobile-Me-Zeug gemacht haben und er über Nacht 400.000 Mal die Kalender und alles gesüngt, dann ist der Akku ja auch immer schnell leer gewesen. Trotzdem benutze ich es einfach nicht. Aus dem einfachen Grund, weil es Momente gibt, wo ich so Notifications einfach nicht brauche. Also, es gibt auch, machen wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Leute. Es gibt auch genug Momente, wo ich mein Telefon einfach gar nicht anhabe oder gar nicht in meiner Nähe einfach habe, weil ich dann sage, okay, bewusst verzichte ich jetzt auf irgendwelche Instant-Sachen. Und deshalb habe ich Apps, wo ich nachgucken kann, wo ich dann gezielt sage, okay, jetzt schaue ich nach, was ist da passiert. Und mittlerweile haben wir, das muss man ja tatsächlich sagen, früher fand ich Boxcar von dem, was ich mitgekriegt habe, tatsächlich noch ein bisschen sinnvoller. Heute haben ja fast alle Apps so eingebaute Notification-Center, wenn man so will, oder bieten eben diese Push-Notifications an, dass sie jetzt auch in diesem Notification-Center von iOS 5 gesammelt werden. Das finde ich tatsächlich schon sinnvoll, aber da muss ich mich auch komplett enthalten, weil ist nicht meine App, wüsste ich nicht, wofür ich es jetzt tatsächlich nutzen soll. Jetzt darfst du eine Wertung abgeben. Ja, also, ich habe eigentlich ursprünglich das Ding angefangen zu nutzen, weil ich wirklich meine Direct-Messages gepusht haben wollte, weil ich nutze teilweise Twitter wirklich mittlerweile als SMS-Ersatz und da ist es einfach nett, wenn man auch wirklich dann in Echtzeit antworten kann. Das fand ich einfach so der primäre Fall. Und das andere kam dann so nach und nach. Ich habe dann irgendwie so die Podcasts, die ich gerne höre, da mit reingesteckt, um halt zu wissen, wann da eine neue Folge raus ist und sowas. Also das ist einfach so. Ich habe da auch wirklich im Moment keinen einzigen News-Feed drin, weil das würde mich dann doch sehr nerven. Aber gerade so Twitter suchen, sowas ist nett. Ne, ich, ja, ich vergebe tatsächlich, ich vergebe mal vier Sterne, weil, ja, so ganz perfekt ist es dann wirklich noch nicht, auch wenn die Fehler teilweise wahrscheinlich eher bei iOS zu suchen sind als bei Boxcar. Aber, ja, für mich ist das echt ein tolles Ding. Ich benutze es sehr gerne und ich finde halt gerade so Sachen gut, die man nicht neu konfigurieren muss, wenn man das Ding neu aufsetzt, sondern wo man einfach nur sich einloggt und all seine Einstellungen wieder aus der Wolke herunter hat. Aus der Wolke. Aus der Wolke. Ja. Bist du auch einer von diesen Fail Whales, die durch Wolken fliegen. Ich hätte das mit dem Fail Whale echt nicht sagen sollen. Wir haben uns heute so viel versprochen in diesem Kontext. Das war aber auch meine allererste Assoziation, als ich das gesehen habe. Ich habe in meinen Notizen hier zur Sendung stehen, der Fail Whale hat jetzt ein Spiel. Okay, damit sind wir am Ende. Wir haben alle fünf Apps vorgestellt. Was hatten wir jetzt so? Drei gute, zwei, nee, eine Enthaltung, weil nur du sie tatsächlich wirklich nutzt und oder testen konntest und eine App, die oder ein Spiel, das echt fragwürdig war, ist so ein guter Schnitt, finde ich. Ich habe noch einen Hotplug, wenn ich darf. Einen Hotplug, seht es bitte auf Deutsch. Eine Blitzempfehlung, die mir heute untergekommen ist. Ich benutze sehr gerne die Early Edition auf dem iPad. Ist die nicht auch neu gemacht worden? Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. So als Zweit-RSS-Reader, weil ich so gerade die Nachrichtensachen, die habe ich nicht in meinem Reader drin, also mit dem Doppel-E der Reader, sondern in meinem Google-Account Sync, sondern die habe ich so, da lese ich tatsächlich gerne mal so sonntags morgens, so zeitungsmäßig was durch und die haben jetzt lange kein Update mehr für den ersten gebracht, weil sie an einem zweiten gearbeitet haben und der ist seit circa einer Woche jetzt raus, habe ich heute erst entdeckt und der hat als einer der ersten Third-Party-Apps tatsächlich diese wunderschöne Blätter-Animation von iBooks und weil ich keine iBooks lese, bin ich froh, das jetzt endlich in einer anderen App zu haben, weil das ist schon so sehr gediegen, wenn man dann mit seinem iPad am Prüfstückstisch sitzt und dann so wirklich diese Seiten umblättern kann und ja, im Grunde ist es genau, also animationstechnisch ist diese App wirklich wunderschön gemacht, ganz hohes Niveau und hat einen ganz individuellen Ansatz, nämlich, dass sie euch die Feeds täglich holt. Da steht gerade die sechste App hier vor, ich fasse es ja nicht. Das war es auch schon, also einfach mal angucken, ich picke die vielleicht irgendwann nochmal etwas detaillierter, es ist eine schöne App. Bernd, deine berühmten Worte, ich will nicht letzte Worte sagen. Nein, natürlich nicht letzte Worte, weil ich werde sie auch noch öfter wiederholen, ich kann mich doch nur wiederholen, immer spielen, nie aufhören und ich hatte so Probleme mit Boxcar, mit dem Spielen hatte ich nie Probleme, das ist alles super. Sehr schön. Also Jungs, nächstes Mal will ich aber hier fünf Spiele sehen. Fünf Android-Spiele, nee, wir hatten ja, wollen wir nächstes Mal gucken, dass wir unser von dir mal angedachtes Multiplayer-Special dann doch mal machen, weil ich stelle nämlich jetzt tatsächlich fest, momentan lade ich mir sehr wenig Apps runter, sei es Spiele oder sonst irgendwelche Sachen, sodass ich so eine Multiplayer-Special-Geschichte gar nicht verkehrt finde, weil ich da nämlich noch ein paar Apps auf der Platte, auf dem iPad oder iPhone hätte. Micha, das ist eine gute Idee von mir, lass uns das so machen. Super, die Idee war super von dir, also die finde ich klasse. Aber du hast gesagt, bei der Multiplayer-Geschichte wäre Sven gerne wieder dabei. Das habe ich einfach mal so behauptet. das geht gleich an bei dieser Selbstbeweihräucherung. Er will nicht, hörst du, er will nicht. Wir werden gucken, ob wir irgendwelche hochkarätigen Gäste nehmen oder wir drei einfach wieder. So wollte ich das nicht sagen. Alles klar. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder oder bei irgendeinem der zahlreichen anderen Podcasts, die wir so machen. An dieser Stelle möchte ich ja noch mal das Podcast-Special von der Spiel 2011 erwähnen, das audio-technisch vom Kollegen Sven großzügigerweise auf unseren Server gepusht wurde. Gepusht, genau. Ich habe einfach keine Bandbreite gehabt, um es selber zu veröffentlichen. Gedrückt? Nein, natürlich war das im Geiste des Quop, waren wir da unterwegs. Und guckt mal in den Podcast-Feed, da ist... Das ist aber Audio-Only, also wer da irgendwelche Bewegbilder erwartet, der wird enttäuscht werden. Der müsste Gesichter auf die Fingerkuppen malen und es nachspielen. Es ist Audio-Only. Es ist fürchterlich. Podcasts sind meistens Audio-Only. Ja. In diesem Sinne, Quop, immer spielen, nicht hören. Oder wie war das? So ähnlich. Auch wieder hören. Immer spielen, nicht hören. Warte mal, halt. Ich muss irgendwie noch den richtigen Button drücken, dann klappt das auch. Aufnahme. Was? Genau, Aufnahme. Adios. Auf Wiedersehen. Adios. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.